Natürlich blende ich es aus. Am Ende des Tages, habe ich auch oft gesagt, ist ja auch entscheidend, was intern passiert, welche Wertschätzung ich intern habe beim Trainerteam, bei den Leuten drumherum, die Entscheidungen treffen und das ist das, wo ich den Fokus drauf lege, auch alles, was Kritik angeht, versuche ich dann mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die ich tagtäglich hier habe, in den Analysen und das ist das, worum es am Ende für mich geht.